Ich will das Spiel nicht zu Ende bringen. Hallo, leg dich um. Ah, zwei Stunden später, das Tor bleibt zu. Idiotentum. Ich weiß nicht, warum wir manchmal ewig brauchen, um die Aufnahme neu zu starten. Was zur Hölle, ich hab... Voll der Mist. Was? Was geht los? Da war doch sonst noch einer, da müsste doch irgendwo einer sein. Na also, wusste doch, was so einer ist. Da schießen wir halt aus der Distanz, das funktioniert dieses Mal ganz gut. Wir haben aber keinen Harte dieses Mal rein. Sicher ist sicher, ne? Tür ist mal wieder verschlossen, weil, warum denn nicht? So, lebt hier noch wer? Ah, was da? Was war das jetzt? Ich hab gedrückt, der hat irgendwie die Waffe so hochgenommen und... Achso, diesmal treffe ich natürlich aus der Entfernung. Die Reichweite der Waffe ändert sich auch von dem Schuss zu Schuss, oder? Schnauze. Zum Glück, da wird das ein Schuss-Totgewehr dabei. Das sieht schon eher aus nach New York. Und wenn, ich dachte, ich hätte da hinten lang gehen müssen. Ich müsste da hinten lang, dachte ich. Ah, hier ist ein Sackgasse. Hm, interessant. Na, wenn das so ist... ...da kann sich hier nicht verlaufen. Das geht in modernen Shootern nicht mehr. Also, normalerweise ist das hier. Ich bringe das da dran nicht mal trotzdem noch hin, aber hey. Einer ist da, ist uns tot. Ich hab ja schon wieder so schwules Licht. Und da ist noch einer tot. Jetzt weiß ich natürlich nicht wieder, ob das der letzte war oder irgendwas. Irgendwo einer versteckt. Dann verstecken sich sogar zwei. Jetzt nicht mehr. So, was haben wir da hinten noch so schönes? Eine verschlossene... Eine doch nicht so verschlossene Tür, wie ich dachte. Ja, Moment mal, wo geht's denn jetzt lang? Da lang, oder? Hm. Ich... Ich hab zwei Wege und kann mich dann... So. Passt, okay, gut. Hier ist nur noch Hemden. Munition für irgendeine Waffe, die ich eh nicht habe. Also uninteressant. MB50 wollen wir nicht. Das ist Kindergarten. Was war das jetzt? Achso, das war die Tür, okay. So, wir hoffen einfach, dass wir unten nicht gleich erschossen werden. New York sollte jede Minute in Sicht, Leute, sein. Boah. Ich hab ja gerade ganz andere Sorgen. Weißt du das? Ah. Nach fünfmal drücken, wirft er endlich die Granate. Was denn? Ach komm, nee. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Richtig? Richtig. Oh, da. Das ist pure Spielzeitstreckung, die... Ah, komm schon. Wenn es wenigstens gut programmiert wäre, aber nein. Oh, ja. Kann sich wieder über das letzte Mal laufen, wo ich das nicht so mitbekomme. Dann hab ich wenigstens meine Ruhe. Ich meine, ich gucke mir die Scheiße, wie gesagt, nie an. Schnauze. Hab ich eben zweimal auf einmal geschossen? Ausschließen will ich bei dem Spiel nichts mehr. So, Arschloch. Verstecken ist nicht. So, plopp auf. Oh, du bist schon aufgeploppt. Hättest du zwei Schüsse aus, was? Machst du einen auf ganz hart. So, geh scheißen und lass mich in Ruhe. Passt du. Da. Wie ich es hasse. Ja. Ich muss mal irgendeinen guten Schuh da spielen. So ist nicht passiert. Ein Dämon beschwert sich darüber, dass er irgendein Typ mit Pistole töten muss. Ja, hat Sorgen. Ja, der Typ dahinter überlebt natürlich. Ich weiß einfach nicht. Ja, er ploppt auf und schießt sofort auf mich. Warum nicht? Ich sehe da jetzt keine Probleme irgendwie so. So ein Spieler-Gameplay-technisch. Ist ja ganz normal, dass die Gegner aufploppen. Ja. Ich hasse es. Wahrscheinlich ist er nachher trotzdem irgendwie asynchron, weil die Videodateien, die einzelnen zwei Milliarden Stück, die ich inzwischen habe, nicht richtig zusammenfügen kann. Oh, Schluss jetzt hier. Das Spiel zu beenden. Langsam wirklich mal hier, ne? So, Flinten-Munition. Wir schnappen uns das Gewehr. Schießen wir euch mal alle in die hässlichen Gesichter. Das ist halt echt hässlich. Wisst ihr das? Wie so ein Verkehrsunfall. Oder ein Feuerbrand, den man mit dem Vorschlaghammer gelöscht hat. Ja, ja. Feuer frei. Da. Habt ihr Feuer frei. Hey, hey. Ich kann wieder nicht schießen. Sehr gut. Hallo. Danke. Ein Hoch auf die Qualitätssicherung, die wirklich ganz alt ist. Arbeit geleistet hat. Ich leide übrigens einen Schuss nach und hab dann zwei mehr. Nicht für der... Ist ja nicht die einzige, was würde das so ist. Ah, jetzt hat er sich wieder verpieselt. Oh, ist da noch einer? Und ja, dann möge er jetzt kommen oder auf ewig schweigen. Er schweigt auf ewig. Hätten wir das auch geklärt. So, jetzt erschießen wir den Typen da drin mal wieder. Das kam überraschend von hinten. Hallo. Fast ist so gut wie gar nichts. Oh, da unten lebt auch einer. Jetzt nicht mehr. Waren das hier alle? Ich gebe jetzt mal nachprüfen. Besser, ich prüfe erst mal nach, ob ich wirklich alle gekillt habe. Aber die spawnen doch echt so zwei Sekunden bevor ich da hinlaufe, oder? Nein, 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 nein. Nein, ach komm schon. Ja, jetzt lande ich wieder da. Richtig, natürlich. Ich hasse so Spielzeitstreckung. Das Spiel geht 20 Stunden lang. Vorwiegendwann irgendwo Gegner scheiden und du immer wieder an dem Halbstundenfeuer hinter den Checkpoint direkt musst. Aber sonst kommt das natürlich nicht mehr für gute Gameplay. Komm, lad nach. Ah, ist zu Höher, der geht sterben. Ja, davon stirbt er natürlich direkt, ist klar. Wird ja auch nie jemand anzweifeln. So, wo ist der dritte? Da war doch einer noch mit Flinte. Der kommt gleich wieder und tötet mich. Sehe ich jetzt schon kommen. Nein, er schießt erst mal die Tür ab. Leck mich, Spieler. Leck mich. Spiel ist nicht mehr lang. Ich hätte es schon in der ersten Aufnahmesession theoretisch durchspielen können, aber es ist halt nicht ganz bugfrei. Mann, ist halt nur Check. Ich hätte gleich mal wieder Auto-Aim. Warum auch immer ich das manchmal habe. Ich weiß es nicht. Was zur Hölle? Ich hatte eben die Flinte mal rausgezogen. Was zur... Der stand direkt vor mir. Wie kann ich den nicht getroffen haben? Ah, Spielzeitstrecken auf den letzten 5 Metern. Komm schon, geh auf. Das meine ich. Niemand wartet gerne darauf, dass sich die Türen öffnen. Wie was für andere... Der Hauptfrau hat einfach keine Ahnung. Gut spielen, so. Ey. Wenn ich auf die Schieße, bist du gefällig tot zu sein. Schnauze da. Schön, dass du spawnst. Schön, dass du erst mal aufs Klo gehst. Einfach nichts sagen und weitergehen. Ist nicht meine Sache, wie ihr Pissen geht. Wenn ihr das so gefällt, soll das das mal machen. So, ich habe den Türen mit der Flinte erwischt. Das ist schon mal sehr gut. Stunderspiel eben, ich bin nicht sicher. Passt schon, einfach weitergehen. Hier, schauen wir das eh nicht an. Von daher, mir egal. So, erst mal eine Granate werfen. Ich habe mir eine Granate geworfen. Kein Grund, euch so auszuflippen. Was zur Hölle? Was ist das? Warum zieht ihr das Gewehr manchmal einfach so hoch? Halt sie ab. Ich bin nur einer. Ich will die nicht zählen. Nein, das ist ja wirklich zu viel verlangt. Was zur Hölle? Langsam packt das Spiel komplett weg, habe ich das Gefühl. War da vorne nicht noch einer mehr? Nein. Der spawnt jetzt erst. Ich schieße sie von hinten. Aufs Gleich. Habe ich da eben auch einen Sonnenbelauf? Wer hat sich das ausgedacht? Ja, das ist jetzt so spät. Junge, ich bin hier voll am Kämpfen und so. Weißt du, so mit Gegnern und... Und so, weißt du Bescheid, ey? So hammerhart am Feigten, weißt du? Fuck. Habe ich ihn erwischt. Sehr gut. Kann ich hier sicher nachladen? Nein, aber ich tue es trotzdem. Schnauze da unten. Welchen Hebel muss ich denn hier drücken? Oder drehen? Oder... Bewegen? Oder was weiß ich was. So, erstmal hier Munition aufnehmen. Ach nein, ich muss noch weiter runter, wie es aussieht. Kann ich nicht einfach eine Bombe zünden? Ich habe keine Bombe. Oh, ich habe eine Handgranate. Und Munition für die Flinte. Die Explosion kam gerade durch den Boden, oder habe ich das falsch gesehen? Schön, auch das hier... Hallo! Ich hasse dieses Spiel echt langsam. Es fängt langsam an, etwas verpackt zu werden. Ich meine, es war von Anfang an nicht sonderlich bugfrei, aber... Jetzt fängt es an, mich nicht abzufacken. Na gut, nehmen wir das gute alte Gewehr. Da weiß man, was man hat, ne? Damit muss man nur treffen. Und schon ist der Gegner tot. Na, jetzt steht das Spiel mal wieder. Ach, leck mich doch. Toll, ich muss natürlich da jetzt so runterklettern, weil wenn ich da runter springe, ich tot bin. Und jetzt stehe ich irgendwo, habe keine Ahnung wo und... Möglicherweise sind die Gegner geistig völlig zurückgeblieben. Sonst wäre das... Ich komme nicht durch die Tür, ich bin zu fett für die Tür, wie es aussieht. Das ist natürlich auch gut, irgendeine Tür öffnen, ohne dass wir irgendeine Deckung... Hallo? Wo sind die Gegner? Oh, Kontrollpunkt, da war jetzt alles gut. Oh, fick dich! Fick dich! Oh! Kann ich den nicht mitnehmen und auf die Gegner schmeißen? Cool, ich kann da irgendwie oben hängenbleiben. Oh, das Spiel kann stehenbleiben, toll. Ich wüsste echt gerne, was das ist. Und wie? Kann man eigentlich... Kann man so warten und dann wird die Bombe abgeworfen und... Was macht das hier? Macht gar nichts. Der Bombenabwurfschach funktioniert nicht. Sieht aus, als müsste New York jetzt... ...weiterexistieren. Dumme Scha... Ah, doch, man kommt wieder raus. Ein Moment lang habe ich gedacht, man käme da nicht mehr raus. Hätte mich auch nicht überrascht. Okay, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Ich kann jetzt nicht auch mal drücken. Oh! Kann ich jetzt hier eine Tonbombe abwerfen? Hmm... 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 Ha... Aha... Oh, das Spiel... Ja, genau, da steht eine Atombombe, schießen wir einfach ein bisschen... ja genau das ist jetzt eine atombombe runtergefallen jetzt hier überhaupt nicht weil so eine atombombe ich dachte ich könnte jetzt irgendwie abwerfen ist voll cool können welche tasten hier drücken nein komm lasst uns in den schacht schieben das kriegen wir hin und lebt doch lieber jungs hey cool spiegel effekt der spiegel sogar halbwegs korrekt und beeindruckt jetzt da reinwerfen kommt schon nehmen wir den schnellen weg nach unten war sie aus wie so ein müllschiff oder sowas im city sehr gut detailliert ich muss da sogar runterspringen so wie gut diese selbsterschönerung viel zeit lässt sich sich viel zeit lässt ach so nein da muss ich hin sie haben bonusmaterial freigespielt mutter okay das war das ganze ende wirklich ich fühl mich ganz richtig belohnt fürs durchspielen so richtig für richtig überhaupt nicht was haben diese leute alle gemacht waren das die essensholer oder was ich hab nicht aufgepasst was stand da programmierer war es auf jeden fall nicht was zur hölle production team senior product manager senior vice president of brand wobei ja hauptsache viel manager ne das reicht ja schon mal her und eine gute per abteilung ja und marketing server natürlich können wir nicht ich glaub die hälfte der leute können sie schon mal rausstreichen und durch programmierer ersetzen online team sind auch sehr guten online spielen nein das werde ich jetzt gleich deinstallieren und dann werde ich es wahrscheinlich nie wieder in meinem leben installieren ich sage ich will es irgendwann nochmal spielen was ist qa war das hier irgendwie qualitätsabteilung das ding hat keine qualitätssicherung special thanks schon mal äh ne ja ja ne moment ne doch ne moment art director also für ein spiel aus 2008 war das jetzt echt reichlich dünn mit der unreal 3 engine kann man ja doch schon angeblich gute grafik halbwegs erzeugen angeblich gute grafik halbwegs erzeugen